5, 4, 3, 2, 1 Jo, mein Leute, herzlich willkommen zu College Football Season 2021-2022 mit den beiden Halbfinals. Heute, an Silvester um 23.30 Uhr, Alabama gewinnt gegen Cincinnati Bearcats 42 zu 24. Und jetzt wünsche ich euch ein... Happy New Year 2022! Heute um 1.30 Uhr, Michigan gegen Georgia Bulldogs 45 zu 22. Herzlichen Glückwunsch an alle Teams, die im Finale stehen! So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Teufel mich jetzt nach oben da, vergesst keiner wo, dann hängt es die Glocke, die nicht vergessen zu aktivieren und wir sehen uns, bis dann! Ciao! Bis dann! Ciao!